Herzlich Willkommen bei Niklas 1112. Heute sehen wir uns den Intel Core i5 4570 Haswell Prozessor an. Das ist zur Zeit des Videos sozusagen das mittlere Core i5 Modell der vierten Generation von Intel Core Prozessoren. Bevor ich fortfahre, würde ich mich gerne bei Fortacus für das Bereitstellen dieses Produktes bedanken, ein sehr gutes Computergeschäft und Onlineshop. Aber hier ist die Schachtel mit einem jetzt neuen Design. Nochmals, das ist ein Intel Core i5 Prozessor, um genau zu sein der i5 4570, welcher den neuen LGA L50 Sockel verwendet. Bitte versucht nicht diese CPU in den Sockel der vorherigen Generation LGA L55 einzubauen, das wird ganz einfach nicht funktionieren. Auf der Seite der Schachtel sind ein paar Highlights der CPU. Dieser i5 4570 kommt mit der neuen Intel HD Graphics 4600 integrierten Grafikeinheit. Laut Intel sollten wir einen grossen Leistungsanstieg gegenüber der letzten Generation von Intel HD Graphics integrierten Grafikeinheiten sehen und dieses Mal sehen wir exakt dieselbe eGPU auf einem kleineren Core i5 Prozessor, wie auch auf dem Flaggschiff-Modell Core i7 4770K oder auf dem i5 4670K. Das war letztes Jahr mit Ivy Bridge nicht der Fall. Wir werden ein klein wenig später in den Benchmarks sehen, wie gut sich die eGPU schlägt. Auf der Hinterseite ist wie immer eine Beschreibung in verschiedenen Sprachen. Und hier kann man nochmal den Modellnamen sehen, zusammen mit ein paar weiteren Spezifikationen, wie die Taktfrequenz, Anzahl an Cache und den Sockel. Und hier kann man den Prozessor selbst innerhalb der Schachtel sehen, welche wir jetzt öffnen, um zu sehen was mitgeliefert wird. Nun, eigentlich weiß ich was mitgeliefert wird, aber ihr versteht schon. Wie immer die Intel Core i5 Prozessor-Installationsinstruktionen mit einem brandneuen Aufkleber auf der Rückseite. Natürlich wird auch ein Standardkühler mitgeliefert. Es ist noch immer exakt derselbe, den wir seit den Sandy Bridge CPUs sehen. Das ist eigentlich ein sehr kleiner Kühler. WM Lite-Pasta ist bereits aufgetragen. Aber nun zum wichtigsten Teil, die CPU. Diese befindet sich innerhalb des Plastikschutzes. Ich nehme die CPU hier mal schnell heraus, damit wir ein Auge auf diese werfen können. Hier ist er nun, der neue Intel Core i5-4570 Haswell Prozessor. Dieser sieht sozusagen auch gleich aus, wie die vorherigen Sandy Bridge und Ivy Bridge CPUs. Die Größe ist eigentlich dieselbe, aber nochmals, dieser neue Prozessor benötigt 5 Kontaktfüsse weniger im Sockel. Also wir kommen von LGA L55 zu LGA L50. Nun kommen wir zu den technischen Daten. Der Intel Core i5-4570 ist ein Quad-Core Haswell Prozessor mit einem Basistakt von 3,2 GHz und einem Turbotakt von 3,6 GHz. Dieser Prozessor kommt jetzt mit einer neuen integrierten Grafikeinheit, der Intel HD Graphics 4600. Die TDP ist um ein paar Watt erhöht worden, und zwar sind das jetzt 84 Watt. Der Ivy Bridge i5-3550 oder 3570 hatte eine 77 Watt TDP, obwohl dieser neue Haswell Prozessor auch auf der 22 Nanometer Fertigung basiert. 1 MB Level 2 sowie 6 MB Level 3 Cache werden geboten. Diese CPU unterstützt Dual Channel DDR3 1600 Arbeitsspeicher nativ, genau wie auch die Ivy Bridge CPUs. In meinem Fall werde ich die CPU mit dem Gigabyte GA Z87X UD3H Mainboard mit dem neuen Z87 Chipsatz testen. Aber bevor ich vergesse, würde ich euch gerne sagen, dass Haswell ein wenig anders ist. Oh, und der Prozessor, den ihr hier in dieser Szene seht, ist nicht der i5-4570. Es ist der i7-4770K. Aber ich spreche momentan von allen Haswell CPUs. Alle Haswell CPUs haben integrierte VRMs. Das bedeutet, dass man nicht so sehr abhängig von der Stromversorgung des Mainboards ist. Also muss man sich nicht an Bord mit einer großen Anzahl an Phasen kaufen, aussen man will ein paar richtig extreme Übertaktungen durchführen. Also in einfachen Worten, man kann jetzt billigere Mainboards kaufen, hinsichtlich der Stromversorgung. In CPU-Z könnt ihr nochmals die Specs sehen. Die neuen Haswell CPUs kommen auch mit einer neuen Stromsparfunktion, die C6-C7 Power States. Dies ermöglicht den Betrieb der CPU mit einer sehr geringen Spannung mit einem Minimum von 0,05 Ampere anstatt der 0,5 Ampere auf Ivy Bridge und Sandy Bridge CPUs. Weil das aber nur 0,05 Ampere sind, werden viele Netzteile nicht in der Lage sein, diese neue Stromsparfunktion, ohne sich selbst abzuschalten, zu unterstützen. Aber keine Angst, die meisten Netzteilhersteller markieren jetzt deren Modelle, ob diese die neuen C6-C7 Power States unterstützen oder nicht. Wenn euer Netzteil diese neue Funktion nicht unterstützt, kann man diese einfach im BIOS abschalten. Die Haswell-Prozessoren kommen nun auch mit neuen Instruktionen, wie AVX2 und FMA3 zum Beispiel. Und wegen der neuen C6-C7 Power States ist die CPU nun in der Lage, auf einer viel niedrigeren Taktfrequenz im Leerlauf als zuvor zu laufen. Anstatt den 1,6 GHz auf dem i5-3550 oder 3570, ist der neue i5-4570 in der Lage, auf 0,8 GHz, also auf 800 MHz betrieben zu werden. Das ist ziemlich beeindruckend. Ich weiss, ihr könnt das hier nicht sehen, weil ich nicht völlig im Leerlauf bin, da ich gerade Screen-Recorde. Das ist kein K-Prozessor. Somit hat man hier keinen frei wählbaren Multiplikator, was wiederum bedeutet, dass das Übertakten nicht sehr leicht wird. Übrigens wie auf AMDs CPUs hat man nun auch hier einen CPU-orientierten Bus Speed, den man verändern kann. Somit muss man sich nicht mehr auf den riskanten BCL-K-Takt verlassen. Das bedeutet, dass man trotzdem noch eine Möglichkeit hat zu übertakten, jedoch keine leichte. Wie ihr sehen könnt, habe ich DDR3 2133 MHz Arbeitsspeicher verbaut. Wie bei Ivy Bridge haben auch die Haswell CPUs keine Probleme mit hohen Arbeitsspeicherfrequenzen. Nun, in GPU-Z kann man die integrierte Grafikeinheit sehen, die Intel HD Graphics 4600. Das Highlight ist die DirectX 11.1 Unterstützung. Meiner Meinung nach macht die eGPU jedoch nicht sehr viel Sinn auf solch einem Prozessor. Aber genug Gerede über die technischen Daten und den Funktionen. Kommen wir zu den Benchmarks und schauen wir mal, was dieser Prozessor wirklich kann und ob es einen Leistungsanstieg gegenüber der vorherigen Generation gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.